Hi ihr Lieben, Willkommen auf Fadeha's Channel. Ich möchte euch einen Trailer zu meinem Channel drehen, damit ihr so wisst, worum es auf diesem Channel gehen wird. Ich gebe euch mal ein paar Stichpunkte von mir. Ich heiße Fadeha, ich bin 32 Jahre alt, habe zwei Kinder und auf diesem Channel wird es sich darum drehen, um Kosmetik und meine Leidenschaft. Und ich dachte mir, warum soll ich nicht mit euch meine Leidenschaft teilen, denn wir Frauen, wir bilden alle Kosmetik, denke ich mal, hauptsächlich die meisten. Ich werde euch Produkte vorstellen, wie viel sie kosten, ob sie das auch halten, was sie versprechen. Natürlich ist das nur meine Meinung, jeder Mensch ist anders, bei jedem Mensch wirkt ein Produkt auch anders und wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich werde euch meine Lieblinge vorstellen, meine Lieblingsprodukte, auf die ich nicht verzichten kann. Holz werde ich euch vorstellen, auch so etc. Haushalt, natürlich werde ich auch individuell auf eure Wünsche eingehen, wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr ein bestimmtes Video haben wollt, dann könnt ihr mir das unten hinschreiben, ich bin offen für Kritik, ihr könnt mir alles hinschreiben. Ich werde, soweit es geht, euch antworten natürlich. Ja, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf meinem Kanal und viel Freude, wenn ihr meinen Kanal mögt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ja, und dann viel Spaß noch. Tschüss!